Direkt gegenüber der Provinz lag das Bundeskanzleramt. Dieser Riesenzaun da drumherum. Und dann hat Gerhard an den Gitterstäben gerüttelt. Ich will hier rein. Und der Freimuth und ich haben gesagt, Gerhard, hör bitte auf, wenn die Polizei kommt. Das geht nicht, hör bitte auf. Das kann ich leider nicht bestätigen, aber auch nicht dementieren. Es könnte so gewesen sein. Das geht nicht, hör bitte auf.